Das Motto des gestrigen Tages vielleicht zum Abschied von Donald Trump war, wir spielen nochmal das Jahr 2020 und tun so, als hätte sich nichts verändert. Es sind die Aktien aus dem FANG-Sektor vor allem, die wahnsinnig stark gestiegen sind. Eigentlich jene Aktien, die von diesen deflationären Erwartungen des Marktes profitiert hatten. Also die Tech-Aktien, die Gewinner der Corona-Krise, während die Verlierer der Corona-Krise ja bis zum 9. November deutlich unter Druck waren, dann aber besonders stark aufgeholt haben. Reflationstrade, also die Erwartung, dass die Wirtschaft wieder anspringt, dann die Inflation wieder anspringt und dann diese Sektoren besonders gut laufen. Energie, Materials, Industrials, eben diese zyklischen Dinge, die sind seit dem November gut gelaufen, aber gestern einen deutlichen Rückschlag. Und das hat einen Grund, wie ich in diesem Video vielleicht mal kurz zeigen will. Zunächst mal, es sieht Donald, ja jetzt ist er weg, es hinterlässt eine herbe gedankliche Lücke. Oktober, der 22. Oktober in dieser Präsidentschaftsdebatte, if he is elected, gemeint war Biden, the stock market will crash. Naja, so ganz ist es gestern nicht gewesen. Wir sehen, da schaut er schon ein bisschen eifersüchtig auf Biden und die Aktienmärkte, die also trotz seines Abgangs gestiegen sind. Eigentlich unerklärlich, muss man sagen. Und wenn wir uns mal genauer anschauen, was da passiert ist, rein charttechnisch zunächst mal, dann sehen wir hier in einem Chart von Michael Silver, dass der S&P 500 aus dieser Seitwärtskonsolidierung, die wir hier gesehen hatten, nach oben ausgebrochen ist. Hier vielleicht noch politische dazu wichtig. Die Wall Street weiß, dass Joe Biden jetzt diesen Stimulus von 1,9 Billionen nicht durchkriegen wird. Also zumindest nicht die ganze Summe. Aber man wird jetzt eben erstmal Covid-Relief, also die Schecks an die Amerikaner, das ist für die Wall Street sehr wichtig, schicken. Und die Tax Increases, also die Steueranhebungen, die werden wahrscheinlich später kommen. Und da sagt sich die Wall Street, das ist eine schöne Mischung. Erst kriegen wir Zuckerl und nachher kriegen wir die Peitsche. Aber was kümmert mich die Zukunft, wenn ich in der Gegenwart mir das Leben schön machen kann. Und das war das Motto. Und dann sehen wir, dass das alles wieder mit einem sehr, sehr großen Gap nach oben erreicht wurde. Die Wall Street ist nicht in der Lage, wichtige charttechnische Marken in Kassazeiten zu durchbrechen. Dazu braucht es immer die, nun sagen wir, gutwillige Mitarbeit der außerbörslichen Märkte. Böse Zungen sprechen auch von Manipulation. Aber das sind böse Zungen, meine Damen und Herren. Hier sehen wir, es wird dieses Monster-Aufwärts-Gap hier beim S&P 500. Wir sind in RSI schon sehr, sehr weit am Anschlag. Und wenn wir uns mal die Sektoren anschauen, die gestern hier gelaufen sind, dann sehen wir Consumer Discretion, aber vor allem Communication Services. Klar, Netflix zahlen Amazon gut gelaufen. Was nicht gut gelaufen ist, waren die Financials und relativ schwach gewesen auch Energy. Also diese beiden Sektoren, die vor allem seit dem 9. November gut laufen. Impfstoffhoffnung, das Motto. Und wenn wir uns mal hier anschauen, was da gelaufen ist zwischen Value und Growth, dann sehen wir hier, Bums nach oben ausbrechen. Growth, also die Wachstumsaktien, die Tech-Aktien, das gute alte Muster aus dem Jahr 2020, während Value sich kaum von der Stelle bewegt hat. Wir waren sozusagen jetzt im entgegengesetzten Modus der letzten Wochen. Schauen wir uns aber mal die Nasdaq an, der natürlich gestern besonders stark profitiert hat. Gestern haben wir gesehen, dass alle fünf FANG-Aktien über 3% im Plus waren. Das gab es zuletzt am 6. April 2020. Ja, da schau her. Und jetzt sehen wir, wir sind hier jetzt an die obere Kanalbegrenzung dieses Trends hier angekommen. Also das ist schon ein ziemlicher Schluck aus der Pulle gewesen mit zwei Aufwärts- oder mit einem Monster-Aufwärts-Gap hier. Wie wir das hier sehen, RSI ist extrem angespannt, schon extrem hoch. Also die Märkte kurzfristig sehr, sehr stark überkauft. Interessant ist, dass die Semiconductor-Stocks, also die Halbleiter-Aktien, in Relation zum Nasdaq doch eher ziemlich schwach ausgesehen haben. Also bestimmte Sektoren auch innerhalb von Tech sind nicht gut gelaufen, Halbleiter-Werte, während es eben wieder die guten alten FANG-Werte mit ihrer starken Marktgewichtung waren, die den Index dann nach oben gezogen haben. Insgesamt sehen wir beim Nasdaq den Breath, also die Marktbreite, die Anstiege des allgemeinen Aktienmarktes. Da sehen wir jetzt beim Nasdaq Composite fast 88% aller Aktien sind über ihrem 200. Tagesdurchschnitt. Das ist der höchste Wert seit Februar 2004, also schon ein paar Techschen her. Und besonders gut laufen diese Werte aus dem Tech-Sektor, die unprofitabel sind. Hier sehen wir, die haben eine Monster-Rallye hinter sich, die unprofitablen Tech-Werte in Relation zum S&P 500, dessen Anstieg hier seit März 2020 ja moderat erscheint im Vergleich zu diesen Junk-Tech-Werten. Also wir sehen, Dreck wird wieder nach oben gespült, ein fantastisches Zeichen für die Gesundheit dieser Märkte. Und wir sehen gestern Russell 2000, dieser Nebenwerte-Index, der seit dem 8. November so stark profitiert hatte in Relation zum Nasdaq, der dann nicht mehr so mitgestiegen ist, nicht mehr der Schrittmacher der Rallye war. Da gab es einen herben Rückschlag, glaube ich der größte Rückgang, auch seit vielen Monaten. Und insgesamt ist es ja so, dass es die kleinen Trader sind, diese Retail-Trader, die hier richtig abgesahnt haben und hier die Big Player, die schauen dagegen schlecht aus. Also die Hedge-Funds etc., die performen viel schlechter als diese kleinen Robin Hooder, die nicht mal eine Ahnung vom Markt haben und glauben, Aktien können nur steigen. Und wir sehen, dass es vor allem die am meisten geschorteten Aktien sind, die hier am stärksten gestiegen sind. Jedenfalls werden ja jetzt nach den 600-Dollar-Checks nochmal 1.400 oben drauf kommen, so wie es aussieht. Also nochmal neue Checks und wahrscheinlich wird der Markt bis dahin oben gehalten, bis diese Checks dann, diese Stimulus-Checks, Stimmys, wie die Amerikaner inzwischen schon sagen, dann nochmal in die Märkte investiert werden. Und dann werden die Großen vielleicht mal ein bisschen Luft rauslassen. Es gibt schon ein paar Warnsignale, Cash-Quote extrem gering, Margin-Debt extrem hoch, technische Indikatoren auf Anschlag, aber das Ganze kann noch weitergehen. Das Ganze wird wahrscheinlich noch extremer, bis dann diese Stimulus-Checks investiert werden. Und dann kann ich mir vorstellen, dass die Großen, die Goliaths, sich das nicht nochmal von den Davids gefallen lassen, dass die besser performen, sondern die werden jetzt nochmal in den Markt gespült und dann müssen sie vielleicht auch mal eine Rechnung bezahlen. Dass diese ganze Geschichte gestern so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, hat auch charttechnische Gründe. Hier sehen wir mal den Invesco S&P 500 Equal Weight ETF. Das ist also ein ETF, in dem alle 500 US oder alle 500 der S&P 500 Aktien gleichgewichtet sind, wo es also keinen Unterschied in der Marktgewichtung gibt. Also eine Amazon genauso viel gewichtet ist, wie die Nummer 496 aus dem S&P 500. Und da die Relation eben zwischen diesem gleichgewichteten Index und dem S&P 500 selbst, wo ja die Marktgewichtung eben dominiert wird, vor allem von den FANG-Aktien, da sehen wir, da waren wir an einem entscheidenden Widerstand und wir sind von diesem Widerstand schlichtweg abgeprallt. Manche haben gesagt, oh, da ist ein riesiger Widerstand. Dann wird es auch für den S&P 500 schwierig, dann wird es für die Aktienmärkte schwierig, aber es ist nicht so gekommen, sondern es sind nur die bisherigen Top-Performer seit dem 9. November eher nicht gut gelaufen. Also hier dieser Chart jetzt inzwischen ein bisschen rückläufig, eben weil Growth wieder stark gestiegen ist, während Value eben gestern nicht so gestiegen ist. Interessant ist, dass die Robinhooder total bullish sind, alle Marktteilnehmer total bullish sind, nur die Insider sind es nicht so. In den ersten zwei Wochen des neuen Jahres kommen auf 128 Insider, also Manager ihres Konzerns, die Inneneinsichten in das Unternehmen haben, kommen auf 128 Käufer, etwa 1000 Verkäufer. Das ist die höchste Sell-to-Buy-Ratio seit dem Jahr 1988. Also die Insider verkaufen in dieser Rallye, weil sie sagen, vielleicht ist das ein bisschen was optimistisch und wenn wir von Optimismus sprechen, dann müssen wir von Tesla sprechen. Meine Damen und Herren, Tesla hat jetzt dieselbe Markgewichtung wie der gesamte Ölkomplex im S&P 500. Also da ist die Vorstellung, dass eine Firma alleine genauso viel wert ist, wie eine Traditionsindustrie, aus deren Reihen kürzlich noch Exxon Mobil stammte, die also dann die wertvollste Firma der Welt war. Jetzt wird Tesla die komplette Zukunft gehören. Sie wissen ja, ich bin der größte Tesla-Bulle, den die Welt jemals gesehen hat. Und wir haben gestern die realen Renditen weiter fallen sehen. Reale Rendite ist also die Rendite für Staatsanleihen aus den USA hier in diesem Fall minus Inflation. Wir sehen, dass die 5-jährige reale Rendite, also die Rendite für die 5-jährige Staatsanleihen minus die Inflation in den USA jetzt sich einen neuen Allzeittief nähert. Das hat Gold dann gestern geholfen. Nach kurzzeitiger Schwäche ist es dann nach oben gegangen und hat deutlich besser performt. Als Bitcoin kann auch daran gelegen haben, dass Janet Yellen durchaus gesagt hat, ja Bitcoin, das ist ein wenig undurchsichtig, das wird gerne von Kriminellen benutzt etc. etc. Da werden wir genauer hinschauen. Und das ist natürlich für große Investoren ein kleines Problem, die ja zuletzt auch auf den Zug aufgesprungen sind. Wenn dann irgendwie doch Regularien kommen, wenn das Ganze schwieriger wird, dann müssten diese großen, größeren Investoren sich daraus wieder verabschieden, denn die können nicht gegen Regularien handeln. Dann wäre Bitcoin und Konsorten wieder eine Spielwiese für die kleinen Investoren, respektive für die großen Wale und die wenigen, die dann versuchen noch die Krümelmitte zu bekommen. Jedenfalls sehen wir Gold gestern besser gelaufen als Bitcoin. Und wir haben vor allem heute wieder chinesische Märkte sehr stark. Die Indizes über 1% im Plus. Hier sagt die Global Times, ja, das liegt daran, dass Joe Biden hier eine Politik machen wird, die deutlich weniger aggressiv ist, auch gegenüber China. Wir sehen hier unten einen Cartoon zu Donald Trump. Da wird jetzt aufgeräumt, da kommen jetzt die Putzkräfte. Und faktisch dürften aber jetzt in diese Rallye, oder hat diese Rallye mit ausgelöst, eine deutliche Injektion der chinesischen Notenbank, die ungefähr 700 Milliarden Yuan hier reingepumpt hat in die Märkte. Warum? Weil jetzt zwischen dem 19. und dem 22. Januar die chinesischen Firmen ihre Steuern bezahlen müssen. Und dann herrscht die Knappheit an Liquidität im System. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Wir haben praktisch so eine Art Backflash ins Jahr 2020 gesehen. Wird das weitergehen? Kurzfristig vielleicht, ja. In diesem Muster, on the long run, glaube ich, wird Tech Probleme kriegen. In der beiden Administrationen werden die Dinge insgesamt nicht mehr so einfach werden. Aber das ist Zukunftsmusik, meine Damen und Herren. Jetzt zurück in die Gegenwart. Servus und ciao.